Zum 30. Geburtstag, das ist Beatrice Eggles größter Wunsch Beatrice Eggles, 29, fehlt noch etwas zu ihrem vollkommenen Glück. Die Sängerin hat in den vergangenen Jahren eine beispiellose Schlagerkarriere hingelegt, im Mai 2013 gewann die fröhliche Schweizerin Deutschland sucht den Substar und mauserte sich anschließend zur richtigen Hitmaschine. Im Hinblick auf ihren Beruf hat sich größter Traum wohl bereits erfüllt. Privat hat sie aber noch einen riesigen unerfüllten Wunsch, wie sie jetzt in einem Interview verriet. Im Gespräch mit dem Musikmagazin Meine Melodie plauderte die Blondine über ihr neues Album Wohlfühlgarantie. Neben diesem Erfolg kann in wenigen Monaten aber auch noch etwas anderes feiern, die Mein-Herz-Interpretin wird nämlich im Juni 30 Jahre alt und hat dafür ein ganz besonderes Geburtstagsgeschenk vor Augen, mein Traum ist es, Australien zu bereisen, schwärmte sie. Und das nicht nur für eine Woche. So lange dauert ja gefühlt schon der Flug. Wer weiß, vielleicht erfüllt sich dieser Traum ja schon bald. Und selbst wenn nicht im Moment fühle sich auch mit ihrer aktuellen Lebenssituation reichlich wohl. Der Name ihres Albums ist auch in ihrem Privatleben-Programm, wie sie weitererzählte, mir ging es noch nie so gut wie jetzt. Das gibt mir ein großartiges, selbstsicheres Gefühl. Und das wird uns nicht am Doktor gesehen. Und wie er hier noch nicht ist, dass er so wohl nicht nur für ein Strategisches relation ist. Das war eigentlich nicht einfach, dass ich mich sicher nicht bedeuten muss. Bis zum nächsten Mal.